Das Apart Hotel Ola Isabel liegt in Calabona in Mallorca. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Apart Hotel Ola Isabel eine weitere Empfehlungsrate von 52%. Insgesamt haben 55 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,8 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 3,9 von 6 Sonnen als gut bewertet. Zimmer Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 3,8 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Lage und Umgebung Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 3,8 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.